da sind wir wieder die goblin gang so waren wir stehen geblieben best abgeben gleich zwei neue annehmen bei den kann man einfach wieder mehr plunder ihr seid jederzeit willkommen okay um nagerhaut aber wir müssen nagers verdreschen die sehen aber ein schön groß aus ach und für uns amig fest bist du da eklig los ich bin da ja wohl da hinten ist so eine flagge genau und noch nager den nehme ich mir vor immer auch sammeln wo er wollte mich ja ja so eins von zehn okay hier ist die nächste kreise der mich wieder hier standet cool 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 hier hinter ist was hier irgendwo kann ich weit aufsammeln silberblatt das ist genauso groß wie ecke bist kräuterkundler oder was ja kräuterkunde und alchemie bier will ich mal an der tränke kannst du nachschieben so nagabana fünf von zehn seltsames tentakel das war das witz hier ist die du angeklickt hast die kann ich auch noch mal anklicken so cool genau sechs von zehn da ist wieder was erdwurz also bei der intakten nagerhaut passiert nichts wenn man die ob umhaut habe ich hier was falsch also die werden wir angezeigt ich soll die um kloppen oder die werden wir markiert als solche aber da passiert nichts ja aber auch da wo das so kann sein dass durch zufall einfach noch nicht gedroppt es das ist was ich damit ausdrücken wollte das war schon eine nagerhaut sagte doch die Immer noch keine. Der haut dich. Ja, ist zufällig, ich habe jetzt eine. Hm, der unten sind noch mehr. Zwei. Drei. Drei. Ich habe auch erst drei jetzt von fünf. Das ist offensichtlich für uns beide zufällig. Ist auch richtig so. Ich sollte immer zuerst kommen. Da bin ich auf jeden Fall dafür. Seht nicht so. Und du mal zuerst nicht, dass du deswegen ist. Ja, jetzt habe ich nur in ihr gekriegt. Das hat damit ohne zu tun. Und in deinem war für mich jetzt auch wieder eine Haut drin. Ja, aber ich habe ihn zuerst im Pult. Das hat ja damit zu tun. So, einen noch. Komm schon. Und einen noch. Fertig. Fertig. Wofür zum Thema, das du zuerst bekommen solltest. So, ich hoch. Ähm, wir müssen wieder den Weg hoch. Kaps befürchtet. Wir nehmen wieder so Tentakel hier noch mit. Na klar. Oh, hier Fische. Angeln. Oh, kommt man an der Backe. Oh, kommt man an der Backe. Hübsche Fische. Oh, hier sind sogar Doktor Fische. Ey, Paletten Doktor. Cool. Der ist aber wirklich original schön nachgemacht. Hammer. Sieht aus wie ein Original, die blauen. Hammer. Super. Wird wohl ein Aquarianer bei Blizzard gewesen sein. Könnte sein, ja. Entlegen wir mal was angenehm mit. Seestern hier auftreten. Niemals. Ich dachte, Seesterne sind Schädlinge. Wann das nicht so? Oder wandert Seeigel? Äh, weder noch. Seeigel sind keine Schädlinge. Ich habe doch irgend so eine bestimmte Sorte, die an irgendwelchen Riffen, die irgendwie Kali fressen haben, meine ich. Kann sein, aber das sind... Ist auch real. Seeigel fressen viel... Ja, die fressen gut Algen. Ich rede jetzt vom offenen Meer, nicht vom Aquarium. Ja, ich rede auch vom offenen Meer. Auch da fressen sie Algen. Hm. So. Klein der Geduldige. Äh, Level 10 ist der. Ich erkenne einen Käufer, wenn ich einen sehe. Kann ich euch vielleicht für Söder Zahlungen interessieren? Nagerjungen anlocken. Ja, Moment. Nur wieder so viel Scheiße dran. Blast ein unwiderstehliches Poolpony auf und reitet es. Oh Gott. Okay, jedenfalls du bist im Wasser. Ich befürchte, das ist so ein aufblasbares Dingens. Könnte sein. Ohne Friedensblumen, du rennst einfach dran vorbei. Krabben gibt's hier oben. Oh, jetzt geht's aber wirklich los hier. Unterirdischer Dschungel. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Ach so, jetzt kann ich bestimmt meinen, warte mal. Ha, 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 ha. Muss das so sein? Schwierig. Ich glaube, das ist ein Grafik-Bug. Was? Na, ich hab den neben dem Gesicht und nicht unterm Arsch. Ja, geht mir auch so. Aber das müssen wir jetzt hier machen. Lagerjunges einsammeln. Ich glaube, die folgen dir, weil sie dich mögen oder irgend sowas. Kann das sein? Ja, geil. So, du hast den... Mann, wieso haben wir denn auf einmal so einen komischen Fehler? Ja. Das hat doch vorher nicht ab. Aber hier schwimmen sie wieder die Paletten-Doktoren. Die blauen mit den gelben Schwanzflossen. Geil. Das ist... Dori. Ja, nein, der ist ein Paletten-Doktor, aber macht nichts. Verwоду. Ich hab noch null. Was? no von zwölf. Ja. Bin dir ja auch immer hinterher geschwommen und da, wo du hast sind ja keine mehr. muss ich da auch was machen mich reagieren die ja nicht muss hier einfach nur rechts anklicken verstehe Das ist aber auch ein bisschen ein schwieriges Thema, hier so Kinder entführen. Ich bin auch fertig. Ich will endlich mein komisches Quietsche Entchen nicht mehr im Gesicht haben. Aber was machen wir? Die können wir gar nicht an Land machen. Keine Ahnung. Ist bereit zur Abgabe. Für mich ist das Thema durch. Ich denke jetzt nicht, dass die mitkommen. Und wenn doch, ist auch gut. Doch, die kommen mit. Das ist ja schon mal hier. Da darfst du aber die armen Tierchen. Naturschutz. Umweltschutz. Tierschutz. Ja, warte. Keine Ahnung. So, mal schauen. Könnte sein, dass ich auch gleich Level 9 bin. Hey, wie geht's euch? Bleibt wie ihr seid. Okay, Anführer der Naga, der Boss-Morp wartet. Wenn wir die ganze Insel machen müssen, haben wir noch einen hier vor uns. So. Hey. Mal da ruhig, oder? Ich gehe mal davon aus. Ja. Ich glaube. Wie ist das? Wie ist das? Das ist gut. ich will den anschluss an der an die npcs nicht verlieren verstehst nicht dass wir die quest noch mal machen müssen welche endpcs die hier vorne laufen den ich hinterher renne ja der wird ihn jetzt pullen denke ich mal da ist er gesichtsloser aus den tiefen wo der sieht aber doof aus wer wagt es wir waren es nicht wir gehen wieder komm runter da feige sau jetzt kommen die ganzen kinder an der stand gerade auf meine füße gut weiß nicht gerade eine herausforderung an einigen stellen haben sie doch ein bisschen leicht gemacht jetzt müssen wir wieder zurück laufen wir dort hat sich ja war ich meine ich mag das spiel wirklich ja und ich mag es eigentlich auch zu questen aber diese künstliche in die länge ziehen indem man einfach jemanden zehnmal von anna b hin und her scheucht ist doof und da das bestimmt auch beim zuschauen doof ist falls hier überhaupt noch irgendeiner zuschaut würde ich sagen wir machen jetzt hier einen break bei 20 minuten und wir sehen uns beim nächsten mal wenn wir irgendwie da lebend angekommen sind bis zum nächsten mal ciao danke fürs zuschauen tschüss